das ist abgebrannt kaputt abgebrannt abgebrannt Müllproblem Abwasserproblem nein ein Abwasserproblem da ist jemand krank die beschweren sich über den lärm weil hier so viel verkehr ist kaputt 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 abwasser 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 gestank ist kaum zu ertragen abwasser überflutet abwasser gestank gestank abwasser abwasser kläranlage wo passt so ok wir haben immer noch das problem mit den toten obwohl wird das weniger wird das weniger hier brennt 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 Feuerwehr ist schon vor Ort nein der KFC brennt hallo schaffst du das meine Katze wurde gerade von einem Rauchmelder gerettet danke Ed Feuerwehr von einem Rauchmelder gerettet da hinten sieht es gut aus das hat was gebracht hier und die sind noch nicht fertig mit bauen das ist sehr gut ähm die haben auch gebaut bauen wir da noch mal ein paar Sachen zu ich mach einfach mal hier so die erste Riege einfach mal anpinseln ähm ja doch hier auch und dann bis hier so ich will noch mal ein bisschen in Ruhe spielen hier und nicht immer dieses das rumgemotze der Einwohner haben nicht genügend Verkaufswaren ach jetzt brauchen wir wieder mehr Industrie die Industrie hat aber nicht genug gelehrte Kräfte Müll 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 haben wir eine dann kommt noch eine dazu so ist ja eh das Industriegebiet da macht der Dreck auch nix ähm nimm 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 kaputt so hier gehen sie auch noch kaputt das kann jetzt aber auch zusammenhängen damit dass die ähm ja ja nein das ist eine Müllverbrennungsanlage kommt die Feuerwehr da kommt die Feuerwehr und ein paar Müllwagen Hilfe oh diese schön romantische Musik das Musik ausmacht Moment wirkt auch nicht gerade anders wirkt auch nicht gerade anders ähm dum 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 was ist das das ist kaputt das ist was ist was ist das denn das ist das ist ne Kupferfirma das ist Schrott an und Verkauf wahrscheinlich ok ok es wächst ja sehr gut ähm nimm 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 das wird dich eigentlich was ist das eigentlich das sind alles auch Verbrennungsanlagen oder Wow, nicht schlecht. Hier wird noch gebaut. Wohl eigentlich? Warte. Bämst. Und hier. Ähm... Nein, falsch. So. Okay. Dann baut mal. Bin gespannt, was das wird. Wenn das dann voll gebaut ist, dann packen wir da noch ein paar Parks ein. Eine kleine Arztpraxis. Mh... 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 Echt, bei dir schüttet's? Wir haben Sonnenschein hier. Aber das kann sein. Waren ja eh Unwetter gemeldet wegen dieser ganzen... Ja, ich will jetzt nicht sagen Hitze. Man beschwert sich da viel zu schnell. Oh, das sieht aber schön aus, wenn man hier so guckt. So. Ne, da sieht man nix mehr. Schade. Oh, Baustelle im Bild. Das sieht doch schon sehr schön aus. Ähm, kurz was gucken. Oh. Muss jetzt auch gleich mal Schluss machen. Noch ein wenig mit meiner Frau auf der Couch chillen. Ähm... Das heißt, ich denke mal, das war jetzt dann eben meine letzte Amtshandlung für heute. Beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, wie sich das Gebiet hier hinten entwickelt. Ich sitz wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Eins teste ich aber nochmal kurz. Das ist besser damit, außer dass das Headset jetzt einen tierischen Schatten auf meine Pläte schmeißen. Hm. Echt optimierungsbedürftig. So, jetzt könnte ich doch hier theoretisch... Ja, das geht. Das kann man so machen. Ähm... Ja, ne, ähm... Wann ich den nächsten Stream mache, das kann ich nicht so genau sagen. Weil, also im Moment habe ich jetzt ab heute Urlaub. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen öfter streamen können. Ich bin aber dann auch mal mit meiner Frau unterwegs, natürlich. Ähm... Ansonsten, wenn du es nicht verpassen willst, kannst du unter dem Stream direkt hier unten drunter... Ähm... Auf Folgen drücken. Das kostet nichts. Ähm... Dann kriegst du eine E-Mail, sobald ich live gehe. Kriegst du halt direkt die Notification. Und ansonsten müssten auch... Oder, was heißt, müssten... Es sind die Links zu meinem Facebook... Ähm... Zu meiner Facebook-Page, zu meinem YouTube-Channel. Und, ähm... Twitter habe ich, glaube ich, auch schon ge-edit. Unten. Ähm... Einfach mal da schauen. Ich versuche die Woche aber wieder mehr zu streamen. Wir sind jetzt auf die Folgen von Cities ausgegangen. Ich lade hier noch alles auf YouTube hoch. Ähm... Jawohl, super, danke dir. Jetzt solltest du auch die Notifications kriegen, wenn der Channel online geht. Beziehungsweise das kannst du selber ein- und ausschalten. Standardmäßig ist es aber eingeschaltet. Ähm... Und ansonsten, wie gesagt, Facebook, Twitter gucken. Dann werde ich demnächst mal eine Ankündigung machen. Kann recht spontan sein. Wenn du sehen willst, äh... Was du verpasst hast. Kommt später auf YouTube. Ähm... Witcher muss ich auch wieder aufnehmen. Das streame ich aber nicht. Sondern davon mache ich nur ein, ähm... Das heißt nur, davon mache ich... Versuche ich ein Let's Play zu machen. Sagen wir mal so. Ist gar nicht so leicht. Und, ähm... Ich hatte schon die ein oder anderen Fail-Momente. Weil ich natürlich auf dritten Schwierigkeitsgrad spielen wollte. Klar. Easy going. Locker. Sacktot. Aber egal. Gehört dazu. Da wird nichts geschnitten. Das gehört dazu. Da gebe ich mir auch keine Blöße. Wenn ich da verrecke oder feile oder sonst was. Soll halt Spaß machen. Gut. Dann speichere ich schon mal. Ähm... Live im Stream. Stream City. Speichern. Überschreiben. Ja. Ist überschrieben. Dann... Rekord aus. Jetzt solltet ihr nur noch was Schwarzes sehen. Und... Ja. Vielen Dank für's Zuschauen. Ähm... Nein, du musst nicht jeden Tag, ähm... unter dem Kanal gucken. Sondern... Du hast ja jetzt auf Folgen gedrückt. Warte mal. Dann kann ich auch... Ich kann jetzt direkt mal das hier ausprobieren. Yeah. Ich mach nochmal Licht an. Dann müssen wir mich siehst. Ähm... Du kannst... Ähm... Ne. Du kriegst jetzt automatisch eine E-Mail zugeschickt. Weil bei Twitch bist du ja angemeldet und du hast jetzt auf Folgen gedrückt. Und sobald mein Channel jetzt live geht, kriegst du eine E-Mail, äh... Stigmata Gaming ist live gegangen. Und ansonsten, ähm... Facebook Page und alles, die sind öffentlich. Also da musst du auch nicht bei Facebook angemeldet sein. Oder, ähm... Ähm... Das müsste eigentlich alles öffentlich sein. Ich glaub Twitter auch. Und, ähm... YouTube sowieso. Aber auf YouTube gibt's halt nur die Videos, keine News, ne? Aber WhatsApp, du wirst eine E-Mail kriegen, wenn du's eingestellt hast. Das ist auch, wie gesagt, ähm... Standardmäßig auf ON. Ich kann ja nochmal gucken. Äh... Nehmen wir einfach mal irgendeinen Twitch-Kanal. Was nehmen wir denn da mal für'n Spiel? Ach, ich nehm einfach meinen. Was suche ich denn jetzt hier? Kanal, so... Headset flackert. Krieg ich ein Loch ins Headset. Übrigens funktioniert der Twitch-Chat hier auch nicht, seh' ich grad. Twitch-Chat... Müsste eigentlich vom Nightbot aus kommen? Na, egal. Ähm... Ja gut, ich seh's bei mir natürlich nicht. Aber wie gesagt, kriegst du noch Notification. Und dann sollte alles klappen. Ähm... Oh, was ich noch gar nicht ausprobiert habe... Äh... Welchen nehm ich denn mal? Ähm... Den hab ich aber hier drin. Da war er. Mist. Nochmal, Achtung! Sehr schön. Andere? Oh, ja. Oh, klappt. Wunderbar. Wunderprächtig. Jetzt kann ich meinen Stream ja selber gucken. Das ist ja auch ganz grandios. Ganz super. Ähm... Ja. Ich sag' mal, kann ich meinen... Ich häng' hier wieder so wie so'n Schluck Wasser an der Kurve. Ähm... Ja. Ich werd' jetzt aufhören. Wie gesagt, noch ein bisschen auf der Couch rumgammeln. Und ähm... Ja. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Wünsch dir einen schönen Abend. Und auch den anderen Zuschauern. Sind noch ein paar im Chat...